Hallo zusammen, ich bin Sven Wassmer. Heute kochen wir zusammen Haferpancakes mit saisonalen Birnen. Diese Pancakes sind nicht mit Mehl und Eier gemacht, darum gehen sie auch nicht so extrem auf. Es hat aber auch den Hintergrund, dass wir den Hafer in Mandeln zu mehlen. Das ist dann der Ersatz. Und die Chaya Seeds gerne Quellen, gerne Halt wie ein Ei. Das sind einfach viel bessere Energielieferanten. Weil es Haferpancakes sind, verwende ich auch Hafermilch in diesem Rezept. Bei den Haferpancakes verzichte ich absichtlich auf raffinierten Zucker, weil es soll für die ganze Familie sein. Das heisst auch für ein Kind schon essbar, geniessbar. Zu diesen Pancakes kann man auch gut eingekochte Beeren hernehmen. Es müssen nicht frisch sein, vielleicht hätte man etwas von der letzten Saison eingekocht. Man kann ein bisschen Schlagsahne oder geschlagenen Creme Fresch dazu nehmen mit ein bisschen Confi oder einfach ein bisschen Ahorns, Ahornsirup darüber träufeln. Super easy und gibt extrem viel Energie für den Tag.